Sie wollen dem Alltagsstress entfliehen und auf Massentourismus verzichten? Dann ist ein romantischer Hüttenurlaub auf der Highland Farm genau das Richtige für Sie. Der Mühlviertler Familienbetrieb bietet Ihnen im idyllischen Liebenau ein ruhiges Plätzchen zum Ausruhen und Entspannen. Und das mitten in der Natur. Die fünf Blockhütten mit je 25 Quadratmetern Wohnfläche bieten Platz für je zwei Personen und sind mit Küche, Bad und WC ausgestattet. Ein Schwedenofen zum Selberheizen sorgt für wohlige Wärme. Wählen Sie zwischen Selbstversorger, Frühstück oder Halbpension und lassen Sie sich nach Herzenslust mit Bioprodukten von der eigenen Landwirtschaft verwöhnen. Zahlreiche Freizeitangebote wie Wanderwege, Mountainbike-Routen, Langlaufläupen und ein Naturbadeteich machen Ihren Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis. Darüber hinaus können Gäste gerne gemeinsam mit ihren Hunden oder Pferden anreisen. Heilenfarm – Urlaub in Österreich, Urlaub bei Freunden.